Der blaue Container, der derzeit vor dem Umweltbundesamt steht, hat keineswegs mit Bauarbeiten im oder am Gebäude zu tun. Er ist Bestandteil einer Doppelausstellung, die derzeit im und eben vor dem Amt gezeigt wird. Das Umweltbundesamt zeigt zwei Ausstellungen. Also es ist eine Doppelausstellung. Zum einen Fotografien von Martin Jenchen, die draußen in einem Überseekontainer zu sehen sein werden. Die Ausstellung heißt Waterlines. Fotografie entlang der Klimaflut. So hat Martin Jenchen, ein Fotograf aus Leipzig, sein Projekt genannt. Und zum anderen zeigen wir Plastiken, wie Sie hier sehen, und Zeichnungen, aber auch Bilder von Stefan Farnländer. Mit Waterlines Seezeichen schlägt das Umweltbundesamt sozusagen eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und Wahrnehmung. In seinem Projekt Waterlines Fotografie entlang der Klimaflut geht der Fotograf Martin Jenchen der Frage nach, welche Auswirkungen ein Anstieg der Ozeanpegel als Folge der Klimaerwärmung auf unser Leben hätte. Jenchen visualisiert dies auf seinen Bildern durch eine blaue Laserlinie. Eine weitere Schau zu diesem Thema wird von Stefan Farnländer gezeigt. In seinem Zyklus Seezeichen wirft der bildende Künstler, ähnlich wie die Klimamodellierer, mit Hilfe von Computer und Algorithmen, einen Blick auf eine nicht allzu ferne Zukunft. Na, Seezeichen sind ja in erster Linie Objekte, die geschaffen worden sind, um Informationen zu geben. Also als sozusagen Verkehrszeichen im Wasser. Ich drehe den ganzen Spieß so ein bisschen nach englischem schwarzen Humor ein bisschen um. Sag, okay, die sind ja zum Teil wirklich sehr groß. Also wenn Sie mal so ein Ding im Original irgendwo haben liegen sehen, es gibt so Bojenfriedhöfe weltweit, die können schnell mal 10 bis 15 Meter hoch sein. Das ist ja wie so ein Eisberg, wo man nur die Spitze sieht. Meistens dieses schöne Teil, wo sich dann eben die Schiffe dran orientieren können. Und die sind also so groß, dass man drinnen wohnen könnte. Und das war so der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, okay, je nach Couleur, je nach Geldbeutel, nach eigenen Vorstellungen kann sich jeder sein Seezeichen, weil Häuser gibt es nicht mehr, es ist überall Wasser. Ich habe das Szenario dann etwas über einen Meter noch genommen. Das geht ja mittlerweile, sind wir glaube ich bei 1,60 bei den ganz negativ gesonnenen Prognosen. Und ich habe gesagt, okay, jeder kauft sich eben seine Boje und hat sozusagen ein Einfamilienhaus im Wasser. Der an der renommierten Kunstakademie Dresden ausgebildete Fahndländer erhielt Stipendien des Berliner Senats, des Siemens Artprogramm und der Philipp-Morris-Stiftung. Jüngst war er auf der 7. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst mit Arbeiten vertreten. Eine Ausstellung, die nicht nur Klimaexperten ansprechen will, sondern auch den einfachen Bürger, der sich nicht so stark darum kümmert, welche Auswirkungen seine Lebensweise auf die Natur hat. Die Ausstellung ist ab heute zu sehen, bis zum 30. November. Und wir zeigen die ab von 9 Uhr, also jeder kann hier kommen. Das Umweltbundesamt ist ja ein offenes Haus, wie Sie bereits wissen. Jeder kann also hier kommen, die Dessauer, aber auch die vielen Gäste von Dessau. Es gibt ja auch viele Touristen, die Dessau besuchen. Also von 9 bis 20 Uhr ist die Ausstellung hier zu sehen. Waterlines Seezeichen ist die fünfte Schau in diesem Jahr, die das Umweltbundesamt im Rahmen des Programms Kunst und Umwelt zeigt. Der Eintritt dazu ist frei.